Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für GameMind. In diesem Video zeige ich dir diesen Erfolg hier, schlaflos und dull wie oder wie auch immer man das ausspricht. Und zwar geht es darum, den Albtraum auf Nachtangst durchzuspielen. Und du siehst, nur 0,5% der Erdbevölkerung haben diesen Erfolg. Es wird Zeit, dass du ihn auch bekommst. Also wie gesagt, es geht darum, hier Albtraum auf Nachtangst durchzuspielen. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wie das funktioniert und was du beachten solltest. Als erstes musst du kapieren, dass du hier Belohnungen freischaltest. Das heißt, je mehr Punkte du bekommst, desto mehr Sachen kriegst du. Ich würde auf jeden Fall bis zu 2 Millionen Punkten gehen, also das heißt grinden, weil du dann diese Reste beim Start hast. Also du hast hier 250 Reste mehr beim Start und hier hast du auch nochmal 250 Reste beim Start. Außerdem bekommst du hier verbesserte Pistolenmunition, du bekommst Nervengiftgranaten, Kreissäge, ganz wichtig, die brauchst du, weil sonst schaffst du das einfach nicht so leicht. Wie bekommt man diese Punkte? Du spielst einfach auf Albtraum und da bekommst du ungefähr so 180.000 Punkte, wenn du das Ganze einmal abgeschlossen hast. Das heißt, du musst da ein bisschen grinden. Beachte aber auch, dass du die Kreissäge bitte nicht benutzen darfst, während du grindest. Also ich sage nochmal, während du deine Punkte verdienst für die Belohnungen, darfst du bitte die Kreissäge nicht benutzen, weil sonst bekommst du deutlich weniger Punkte. Also das heißt, wenn du diese 2 Millionen voll hast und hier genauso weit bist wie ich, dann zeige ich dir jetzt mal die Strategie, wie du es schaffen kannst. Wenn es dir dann immer noch zu schwer ist, dein Grinder weiter bis zu 10 Millionen, was halt ewig dauert und dann wirst du unendlich Munition bekommen und damit wirst du das garantiert schaffen. Bevor wir zu den Spieletipps kommen, möchte ich dir hier noch ein paar Tipps für die Optionen geben. Das ist sehr, sehr wichtig bei der Steuerung zum Beispiel, gibt es hier eine Laufgeschwindigkeit. Normal, da kannst du nichts machen, aber es gibt hier eine Kamerageschwindigkeit. Die würde ich auf jeden Fall auf 9 machen, damit du einfach viel, viel schneller bist. Außerdem, das ist ganz, ganz wichtig, also das ist ein wichtiger Punkt, mach bitte die Kamerabeschleunigung aus. Ja, das ist so ein Effekt, so ein Filmeffekt. Das bedeutet, wenn die Kamerabeschleunigung weg ist, dann kannst du dich auch nochmal besser bewegen und das ist ja wichtig, dass du besser zielen kannst. Als erstes kaufen wir uns jetzt das Ads-Mittel, deswegen haben wir die Reste gebraucht, denn wir haben jetzt sofort schon 1720 Ads-Mittel. Dann kaufen wir uns die Pistole, nicht 1720 Ads-Mittel, sondern Geld. Und dann kaufen wir uns ein bisschen Munition und die Flinte und dann auch nochmal Muni. Und jetzt können wir gleich mal die Pressen einschalten, also erstmal die Presse einschalten und dann natürlich die, für die wir das Ads-Mittel gekauft haben. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du das sofort machst, weil du einfach, ja auf dem Schwierigkeitsgrad, sehr wenig Reste bekommst. Also das heißt, sehr wenig, dieses Geld, nennen wir das mal Geld. Also du bekommst sehr wenig Geld, du bekommst nämlich genau die Hälfte und deswegen ist es wichtig, dass du gleich alle drei Pressen einschaltest. Ja, dann gehe ich hier rüber, schalte die nächste Presse ein und dadurch laufen jetzt drei Pressen für uns. Und jetzt im Endeffekt müssen wir halt gucken, dass wir wirklich relativ genau schießen, weil du sehr wenig Munition hast an dieser Stelle jetzt erst einmal. Später werden wir dann die Kreissäge kaufen, aber jetzt erst einmal, ja, schauen, dass wir präzise schießen. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die rauskommen. So, da kommt der erste, Klick, Klick. War jetzt nicht optimal, aber, ja, passt, ist noch im Rahmen. Versuche natürlich immer auf den Kopf zu schießen bei denen, weil sonst brauchst du was, sehe ich 15 Schuss. Okay, jetzt haben wir nur noch 5 Schuss in der Pistole, aber wir haben schon ein bisschen Geld. So, hier sind 100. Schrotti haben wir 8, 8 Schuss. Mit der Schrotti würde ich immer aus der Hüfte schießen, also da würde ich nicht zielen, sondern ich würde aus der Hüfte schießen und ich finde es besser. So, jetzt haben wir 310 Geld. Wir haben jetzt eigentlich noch ein bisschen Munition. Klick aus der Hüfte raus, war jetzt nicht optimal. Wir haben spätestens nach 2 Schuss nicht tot. Nice. Ja, schau, dass ich dich hier nicht einengen, weil jetzt wird es ein bisschen gefährlich hier. Okay. 2 Schuss noch. Ja, man muss sich auf die Pistole und schön blocken, natürlich auf L1, weil es irgendwas ist. So, 5 Schuss noch. Kannst du hier am besten die Pistole kaufen für 100, weil sie macht auch nochmal ordentlich Schaden, weil für 100 Schuss macht sie, ich glaube 30 Schuss oder so. Nicht für 100 Schuss, sondern für 100 Geld macht sie ungefähr 30 Schuss. Außerdem müssen wir sie jetzt mal hier reinbauen, weil wir später das Maschinengewehr brauchen, wir es gleich sehen. Also kauf hier ruhig die Pistole für 100, dann räumen sie sich hier ein bisschen auf. Und dann haben wir jetzt schon hier deutlich mehr Geld und jetzt können wir ein bisschen hier, ja, dazu kaufen. Ich würde die Pistole jetzt verbessern für 500, weil dann macht sie einfach mehr Schaden. Und, ja, Pistolen, Munition, ja, Pistolen, Munition nochmal ein bisschen einkaufen. So, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser. Das wird gleich viel, viel leichter, da wir sehen, das ist nur am Anfang ein bisschen schwer, weil man hat sehr wenig Geld am Anfang. Aber wenn du die dritte Tür sofort öffnest, dann ist es deutlich, deutlich leichter. Deutlich leichter. Weil du hast ein Drittel Geld mehr. So, hier schön gucken, dass die Pistole sich verballert. Lass sie ruhig schießen. Also sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen hier später dann ein Maschinengewehr. Und wir sparen auch Munition in der Zeit. Und versuche halt wirklich schön genau auf den Kopf zu treffen. Übrigens, wenn er so mit der Hand auf dich zuschlägt, dann musst du zwei Schuss machen, weil sonst tanzt er nicht. Also wenn er von oben so ausholt. Also, ich meine, jetzt solltest du die Pistole benutzen natürlich. Wenn du die Schrotfinter hast, dann reicht auch ein Schuss. Okay, so, jetzt geht es weiter hier. 600. Ja, und solltest du Präzision nicht so gut haben, also solltest du nicht so gut sein in der Präzision, musst du halt natürlich ein bisschen üben. Das ist klar. So, jetzt haben wir 500. Jetzt können wir hier auch ein Maschinengewehr. Und jetzt, genau jetzt schaltest du es ein. Wenn Warnung kommt, dieses Rote, dann schaltest du das Maschinengewehr rein. Kostet 500 Euro. Also 500 Geld, 500 Reste. Und jetzt warten wir hier auf den Licker, der kommt jetzt gleich. So, da kommt er. Das ist immer dasselbe. Dann gehen wir hier durch. Jetzt fällt hinter uns ein Licker runter. So, er wird auch erschossen. Das ist immer so gescriptet hier an dieser Stelle. Und dann hier nochmal ein Licker. Von links kommt noch einer. Bleib einfach hier stehen. Lass dich schön beschützen. Vom Maschinengewehr. Und dann hast du schon die erste Runde überstanden. Jetzt bekommen wir auch Bonusreste. So, da haben wir jetzt hier nochmal ein paar bekommen. Und haben jetzt 1400. Noch irgendwas. Die vierte Tür. Also die zweite Tür, besser gesagt, die öffne ich gar nicht erst. Also ich bleibe jetzt hier in dieser Gegend. Mehr müssen wir nicht. Wir müssen nicht in die andere Gegend. Also ich zeige dir gleich hier einen krassen Trick mit der Kreissäge. So, jetzt müssen wir aber erstmal noch ein bisschen einkaufen. Weil der Jackie Boy jetzt gleich noch kommt. Ja, ich würde hier nochmal Pistolenmunition kaufen. Bis 210. Also du siehst, jetzt kostet ihr 210. Da würde ich nochmal ein bisschen einkaufen. Und ansonsten natürlich die Flinte noch verbessern. Flinte verbessern und ja, noch ein bisschen Muni einkaufen von dem Rest. So, jetzt sind wir gut gewappnet gegen Jackie Boy. Und wenn das Maschinengewehr verballert ist, dann können wir später eine Magnum reinstecken. Und das brauchen wir auch für Jackie Boy. Weil sonst wird es zu heftig. Und die Magnum kostet 1000. Das muss dir klar sein, dass du das aufsparen musst. Nicht, dass du dann Munition kaufst davon. So, jetzt warten wir hier weiter. Und nach dem Jackie Boy können wir uns dann auch die Kreissäge kaufen. Und dann zeige ich dir meine Strategie mit der Kreissäge. Ohne die Kreissäge ist es verdammt schwer. Also verdammt schwer, das hier zu schaffen. Und auch ohne die dritte Tür zu öffnen. Also wenn du von Anfang an die Tür nicht öffnest, so wie ich es gemacht habe, dann ist es auch ultra schwer. Ist bestimmt machbar, aber ist wirklich sehr schwer. Und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt hier kompletter Profispieler bist. Ich versuche ja immer so ein bisschen so Noob-Strategien zu zeigen, dass auch wirklich jeder Mensch das schaffen kann. Hast du ja gesehen, es haben nur 0,5% der Erdbevölkerung diesen Erfolg. Also das finde ich echt krass. Ich finde ihn ehrlich gesagt nicht schwer, weil selbst wenn du schlecht bist, dann kannst du ja bis 20 Millionen grinden und dann mit der Unendlichkeit Munition, also mit der Unendlichen Munition das Ganze machen. So, hier aufpassen, weil der Typ mit dem Arm, der ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Wenn die mich irgendwie ein bisschen einengen, dann schnappe ich mir immer schön meine Schrotflinte, weil die hat ja auch Rückstoß. So, jetzt müssen wir wieder hier ein bisschen warten. Und wie gesagt, wenn wir jetzt in der zweiten Runde Jackie Boy gekillt haben, dann kriegen wir endlich unsere Kreissäge. So, hier zwei Schuss hast du gesehen. Wenn er dich schlagen will, dann schön zwei Schuss machen. Oh, okay, das war nicht so gut, aber ich habe geblockt. Zack. Sehr schön. Okay. So, dann schön sammeln, warten, bis der Jackie Boy kommt. So, jetzt haben wir 1000. Das heißt, wir sind im grünen Bereich. Bitte gib das Geld nicht aus. Oh, okay. Oh, jojojojoj. Okay, das war jetzt nicht so toll. Also, siehst du, ich mache auch Fehler. Aber wir packen das. So, gucken, was da noch an Money ist. Das auf jeden Fall kaufen. Ich bin sehr oft in diesem Raum gestorben. Und glaub mir, diese Platine, die ist wirklich sehr, sehr wichtig. So, da müssen wir aufpassen. Aber der ist noch ziemlich weit weg. So, jetzt kommt Jackie Boy. So, dann müssen wir uns jetzt beeilen, ja. So, hier 1000 reinballern. Und dann bleibe ich einfach stehen. Und da, ah, da kommt er schon. Okay, da kommt er schon. Okay, Jackie Boy, komm her. Zack, zack, zack. Ich würde erst mal mit der Pistole arbeiten. Und er kriegt da ständig Schüsse vom Magnum. Okay, das ist nicht gut. Okay, ich muss mich schnell heilen. Heilen. Oder, ja, eigentlich einen Einschlag könnte ich noch vertragen. Und dann immer schön ducken und blocken. Ja, wenn er, wenn er dich irgendwie packt oder schlägt oder auf dich losgeht. Er ist ziemlich schnell hier auf dem Schwierigkeitsgrad. Also auf normal ist er nicht so schnell. Okay, schön wieder anschießen lassen von der Magnum. Ich denke, wir haben ihn gleich. Weil die Magnum zieht ihm sehr viel ab. Zack, 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 zack. Okay, wir haben ihn. Okay, wir haben ihn. Sehr schön. So, und jetzt können wir uns die Kreissäge kaufen. Und ich zeige dir jetzt eine richtig geile Strategie. Die aber nicht ganz ungefährlich ist. Also da kann man schon getroffen werden. Aber du wirst sehen, das wird funktionieren. Okay, so, jetzt haben wir 3.900, oh, 4.000 sogar. Und jetzt kaufen wir uns eine Kreissäge und Adrenalin. Adrenalin unbedingt kaufen, eins. Wenn du sterben solltest, dann wirst du aufgeweckt vom Adrenalin. Das ist deine Rückversicherung. Und dann die Kreissäge. Sehr, sehr wichtig. So, gucken wir mal. Vielleicht kann man sie sogar verbessern, die Kreissäge. Okay, man kann sie nicht verbessern. Aber das passt auch. Das reicht. Okay, jetzt zeige ich dir den Trick mit der Kreissäge. Also nicht normal schlagen, sondern du hältst. Also du hältst Zielen, ja, anvisieren. Und dann drückst du erst schießen. Und bleibst hier schön in diesem Eck. So, also so hältst du dann fest. Und dann drückst du erst auf Schlagen. Nicht normal schlagen, sondern sägen. Und jetzt pass auf, guck mal. Zack. Schön auf die Füße. Und ja, dann hast du ihn. So, bei denen bitte weglaufen, weil die kannst du nicht mit der Säge packen. Also nicht so leicht. Sondern schön mit der Schrotflinte dann bearbeiten. Aber ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht wieder in diesem Raum sterbe. Also da musst du wirklich aufpassen. Man kann hier wirklich eingehängt werden. In diesem Raum. Nehmen wir wieder die Kreissäge. Die normalen. Schön auf die Beine. Zack. Dann kannst du ihn wieder komplett zersägen. Dadurch sparen wir uns sehr, sehr viel Geld. So, wieder auf die Beine. Zack. Wie gesagt, einfach nur auf die aufpassen, die diesen Arm haben. Also diesen Schwertarm. Oh. Den Dickie können wir leider so nicht töten mit der Kreissäge. Also da würde ich auf jeden Fall eine Pistole nehmen. Ich finde, der Dicke, also diese Säuretypen, die sind am krassesten. Oh Mann. Sie sind am krassesten anfällig gegen verbesserte Munition aus der normalen Pistole. Da sterben sie sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. So, jetzt erstmal hier ausweichen kurz. Oh, da kommt noch einer. Ich umlaufe ihn mal, weil eigentlich kann ich ihn mit der Kreissäge killen. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall irgendwas. Wir brauchen, weil wir können ihn jetzt nicht hier mit der normalen Schrotflinte killen. So, gucken wir mal. Was haben wir dann hier? Natürlich umschalten. Ja, nehmen wir Flinten-Munition ein bisschen. Und dann, ganz wichtig, verbesserte Munition. Also für die Pistole. Und die ist ultra wichtig. Also die verbesserte Munition. Magnum nehmen wir noch auch dazu. Ah, nee, nee, der Ding. Magnum sag ich. Die, ähm, den Granatenwerfer. So. Okay. Die sind jetzt leider, also manchmal, wenn man die absägt, das war jetzt nicht so toll. Also er kotzt im Endeffekt einmal so von unten nach oben und einmal von links nach rechts. Die, oh Mann, die, die sind da am Boden. Die leben immer noch. Die springen dann so wie Hunde rum. Okay, ich gebe ihm jetzt mal ein paar Schrot. Ich will ihn jetzt, ich, oh Mann, ich, oh nee. Schnell heilen, schnell heilen. Ich will ihn eigentlich, wenn du heilst, kannst du blocken. Hast du gesehen? Dann regenerierst du ihn schnell. Ich töte sie jetzt einfach mal mit einem Raketenwerfer. Oh nee, oh nee, oh nee. Okay, gut, wir sind durch. Ich wollte ihn eigentlich jetzt umschießen mit dem, mit der, ähm, mit der Schrotflinte. Aber es hat nicht funktioniert. Okay, 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 okay. Ja, versuch hier auszuweichen. Deswegen ist wichtig, dass du auch diese Platine da unten hast. Diese Nervengasplatine. So, dann nehmen wir mal die Kreissäge. Zack. Also, alle normalen, diesen normalen Mulder und die Licker, die kannst du easy mit der Kreissäge bearbeiten. Aber natürlich die Dicken und die Schwertfische, ich nenne sie mal Schwertfische, die kannst du damit leider nicht töten. Okay. So, heilen wir uns am besten. Und dann können wir uns hier wieder schön abwarten. Also, hier brauchst du jetzt keine Sorge haben. Jetzt müssten gleich zwei Dicke, glaube ich, kommen. Normalerweise komme ich hier immer gleich zwei Dicke. Ja, genau, da kommen sie, zwei Dicke. Okay, da mache ich einfach mal hier schön mit Granatenwerfer rein, damit sie beide brennen gleichzeitig. Und jetzt zeige ich dir mal, wie die Pistolenmunition reinballert. Also, sie sind sehr anfällig gegen Pistolenmunition, also gegen verbesserte Pistolenmunition. Guck mal. Oh Mann, jetzt hat er mich wieder getroffen. Sechs, sieben, acht. Okay. Okay, das war jetzt nicht so optimal. Dann gehe ich am besten in Deckung. Normalerweise kann man sich schon ducken. Ich weiß nicht, warum das bei mir jetzt nicht klappt. Okay, der hält jetzt echt viel aus. Ah, ich war schon bei der normalen Pistolenmunition. Mir ist nicht aufgefallen. Ich habe auf ihn mit einer normalen Pistolenmunition dann geschossen, weil die schon ausgegangen ist. Aber, wie gesagt, also am besten mit der verbesserten Pistolenmunition auf die Dicken schießen. Da sterben sie sehr, sehr schnell. So, jetzt haben wir wieder Kohle bekommen. Das heißt, jetzt kannst du im Endeffekt schon chillen. Wir haben jetzt die Kreissäge, wir haben sehr, sehr viel Geld. Wir können jetzt wirklich schön einkaufen. Wir haben auch sehr viel Munition. Also im Endeffekt hast du es schon fast geschafft. Man darf jetzt einfach nicht fahrlässig werden. Schön noch ein bisschen Kohle einsammeln. Okay, die ist noch nicht so voll. Ich dachte, die ist schon ziemlich voll. 450. Dann das Fass und diese Platte würde ich dann kaufen. Für Notfälle. Weil nicht, dass sie dich irgendwie einengen dann. So, und dann gehen wir wieder an unsere Stelle. Und warten wieder. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Aber jetzt müssten normale Molder kommen. Und die kannst du hier schön killen. So, erst nochmal gekillt. Zack. Das ist alles Munition. Das ist alles Geld, was wir sparen. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, mit der Kreissäge zu arbeiten. So, zack. Lieger Kopf abgesägt. Beim zweiten Munition gespart. Dritter Kandidat. Klick. Also du siehst, das ist einfach nur OP mit der Kreissäge. Vierter Kandidat. Die können nichts machen, aber muss halt auf die Beine gehen. Das ist wichtig. So, fünfter Kandidat. Klick. Schön hier im Eck. Aber kann sein, dass du hier trotzdem getroffen wirst. Von Lickern. Also das sage ich dir gleich. Also nicht, dass du dich dann wunderst. Das kann alles passieren. Wenn du da ein bisschen blöd stehst ums Eck. So. Okay. Irgendwie kommt keiner. Nehmen wir mal ein bisschen Kohle raus. So. Was können wir denn kaufen? Was können wir kaufen? Ich würde mal sagen, nehmen wir uns Nervengiftgranaten. Ein paar Stück. Die sind sehr gut. Ein paar Flammen. Ja. Oh. Okay. Klick. Klick. Und dann schön auf die Beine. Und nochmal auf die Beine. Du siehst, das spart dir sehr, sehr viel Munition und Geld. Das Problem ist halt bei der Kreissäge, dass sie 3000 kostet. Das heißt, man muss erstmal da hinkommen zu ihr. Weil wenn man die von Anfang an hätte, dann wäre das richtig easy. Zack. Schön zersägen. Fertig. Ja, also ich muss sagen, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum du 5% der Leute auf der ganzen Welt diesen Erfolg haben. Also er ist schon ein bisschen schwer, aber letztendlich auch nichts krass Besonderes. Okay. Zack. Hier nochmal auf die Beinchen. Ich hoffe einfach, dass sie mich nicht einhängen in diesen Raum, weil da bin ich schon sehr oft gestorben. Und wie gesagt, immer schön die Platine da aktivieren. Also als Schutz. Diese Giftgas Platine. So, noch einer. Im Endeffekt haben wir es schon fast geschafft. Also das Gröbste haben wir hinter uns. Es kommt noch eine krasse Welle mit diesen Schwertfischen. Ja. Aber das werden wir schon überstehen. Da muss man einfach schön mit der Shootfinder arbeiten. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Irgendwie kommt da keiner. Manchmal dauert das ein bisschen. Aber das ist auch egal. Unsere, unsere Dinger laufen, ja. So, da ist noch eine links. Aufpassen, dass du nicht getroffen wirst. Also gucken wir mal, wie viel Munition wir schon gespart haben. Kreissäge ist einfach nur OP. So, noch einer. Zeig. Weil die Maschinen arbeiten einfach sehr langsam auf dem Schwierigkeitsgrad. Okay, noch einen Licker. Versuche ihn immer so im Kopf zu treffen, damit er gleich tot ist. Bei den Lickern ist das so, die halten nicht viel aus, aber sie machen viel Schaden. Das heißt, du kannst sie sehr schnell töten eigentlich. Okay, noch einer. Klick. Okay, jetzt kommt die Welle mit den Schwertfischen. Besiegen sie alle Gegner. Und ich glaube, danach kommt der Jackie Boy. Und dann haben wir es schon geschafft. So, was haben wir hier? 500, 600. Haben wir schon 3000. Das ist wirklich nice. So, die natürlich normal töten. Weil es sind ja noch keine Schwertfische. Schwertfische. Ich bin immer Fan davon, so eigene Namen zu erfinden. Für Gegner. Okay, jetzt krabbeln sie hier. Immer wenn sie so krabbeln, erinnern sie mich voll an Hunde irgendwie. Ich weiß nicht. Schauen so ein bisschen so. Kennst du diesen Hund von Yoshi? Also an den erinnert er mich. So, schön zu sägen. Ich hoffe, dass er mich nicht trifft. Okay. Ich habe das Gefühl, dass man... Besser gesagt, ich dachte, er kann mich gar nicht so treffen. Okay, ich kille ihn jetzt mal. Weil ich bin schon relativ krass verletzt. Okay. So. Erstmal Heilung kaufen. Ja, mach mal 5. 5 Stück. Magnum. Sehr wichtig. Magnum. Und dann Munition. Ja, kauf mal aufs Ganze. Kauf mal aufs Ganze. Schön heilen. Und dann mit der Kreissäge bearbeiten. Klick. Okay, komm her. Klick. Jawohl. Okay. So. Fast geschafft. Jetzt müssten die Schwertfische noch kommen. Gucken wir mal. Da ist der erste Schwertfisch. Klick. Vielleicht mal nachladen. Hier sind 650 drin. Okay. Da kommen wir... Jetzt müssten... Hier bin ich auch ein paar Mal gestorben. Da sind dann so 4 Stück gekommen. Da siehst du, da kommen die. Okay, wir machen einfach so. Klick. Sollen sie alle auf einmal brennen. Ah, shit. Ich habe Giftgas geschossen. Nehmen wir mal Feuer. Bam. Das war einfach nur wegen dem Fass. Deswegen sind sie explodiert. Okay, für einen lohnt sich nicht. Machen wir mal so. Klick. Und dann schön mit der Säge den Rest geben. Schön Munition sparen. Okay. Alles klar. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch eine Welle. Und ja. Das ist halt diese Strategie mit der Säge. Also, du siehst, das ist einfach nur geil. Aber ich sage dir trotzdem eine Sache. Also, du darfst halt wirklich nicht fahrlässig werden. Wenn du fahrlässig wirst, du wirst sterben. Also, ich bin auch schon oft hier in dem Raum, bin ich hier gestorben. Also, das war einfach reine Fahrlässigkeit. Weil ich dachte so, ja, easy going. Ich mache jetzt auch das Fass hier mal auf für Huni. Hier kannst du auch ausweichen, falls es irgendwie knapp wird. So. Nochmal ein bisschen konzentriert bleiben. Ja, dann würde ich mal die Magnum nach oben schieben, damit wir sie benutzen können. Wie viel Schuss haben wir hier? 29 Schuss im Endeffekt. Ja. Okay. Müsste passen. Also, eigentlich sind wir echt im grünen Bereich. Jetzt darf einfach nichts passieren. Zack. Machen wir hier so einen kleinen normalen. Darf einfach nichts krasses passieren. Ich hoffe einfach nur, dass sie mich in dem Raum nicht irgendwie bedrängen. Und dann, ja, ich dann doch sterbe. Aber ich denke, das kriegt man schon hin. Wie gesagt, bleib auf der Hut. Bleib konzentriert. Du hast nur noch eine Welle. Oh shit. Okay. Siehst du, das ist das, was ich gesagt habe. Okay, blocken oder? Okay. Ja, schnell rein. Hier am besten zur Seite, damit du ein bisschen Fluchtsicherheit hast. Sozusagen. Oh shit. Oh man. Okay, siehst du. Und das ist das, was ich gemeint habe. Komm, 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 komm. Alter. Wer war das denn jetzt? Okay. Okay. Oh, da unten. Der ist noch gelegen. Oh shit. Siehst du, das ist das. Deswegen brauchst du das Fass. Ja, genau deswegen brauchst du das Fass. Oh. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Und deswegen brauchst du auch die Platine. Okay, ich bin sehr schwer verletzt. Ich habe keine Heilung mehr. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Ich schrumpel schon. Am besten, wenn wir das Schurzflinte sich bewegen, falls jemand kommt und gleich wummwuchten. Okay, wir haben es geschafft. Also siehst du, das ist genau das, was ich gemeint habe. Also da bin ich schon sehr, sehr oft gestorben. Machen wir mal ein bisschen Heilung. Heilung. Und ich würde mal sagen, was macht man noch? Magnum. Ah, genau. Magnum verbessern. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Gegen Jackie Boy. Ganz, ganz wichtig. Klick. Tausender. So, das ist sehr, sehr wichtig. Okay. Schön langsam hier. Übertreibt mal nicht. Zack. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein bisschen Gesundheitsverbesserung. Also, dass man einfach mehr aushält, weil manchmal ist das echt knapp, die töten dich fast. So, schön mit der Säge arbeiten, Munition sparen. Ich traue mich da jetzt nicht mehr hinzugehen. Also ans Eck, weil nicht, dass da wieder jemand rausspringt. Jetzt müsste eigentlich schon bald Jackie Boy kommen. Und dann haben wir das. Okay. Gucken wir mal, was hier los ist. Mit der Bombe können wir auch noch arbeiten. Ah, da ist er. Jackie Boy. Jackie Boy. Nehmen wir mal Kohle. Und dann können wir hier auch die Bombe aktivieren. Und dann ist möglich, falls wir Geld brauchen. So. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall Giftgas reinmachen. Weil der Stunt einfach. Boom. Dann sind die gestunt. Dann die Magnum. Zack. 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 Und abhauen. Der kann sich auch mit einem Schlag töten. Aber keine Sorge, wir haben Adrenalin. Falls irgendwas schief geht, stehen wir einmal auf. Zack. Am besten immer schön auf die Beine. Boom. So, siehst du? Wieder die Platte hat uns gerettet. Okay, wir haben noch genug Schuss. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ausreicht. Weil wir haben ja Magnum einmal abgegradet. Ich mache jetzt nochmal die Falle drauf. Ja, ich denke, das war's. Weil ich hier, bis er bei uns ist, haben wir in sowas von abgeknallt. Da hat er noch die Falle aktiviert. Okay, ich würde versuchen, immer so auf die Beine zu schießen. Weil da ist er komplett frei. Zack. Kurz mal nachladen. Wir machen jetzt doppelten Schaden mit der Magnum. Weil wir sie verbessert haben für Tausender. Das lohnt sich. Weil die Munition ist teuer. Doppelter Schaden. Okay. Jetzt schön in den Körper noch versuchen reinzutreffen. Elf Schuss haben wir noch. Komm, 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 komm. Okay. Okay, wir haben ihn. Wuhu. Yes. Siehst du? Also mit der richtigen Strategie geht das schon. Und wenn du das wirklich überhaupt nicht schaffst, ja, dann grindet dich bis zu 2 Millionen oder 20 Millionen. Dann hast du unendlich Munition. Und dann kannst du im Endeffekt hier einfach, was ich mit der Schrott finde, rumrennen die ganze Zeit. Oder mit der Magnum mit unendlich Munition. Also, ich wünsche dir viel Erfolg. Mach den Erfolg. Komm, wir ziehen das durch. Platinieren das ganze Game. Und ansonsten sehen wir uns in weiteren Videos. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020